Hallo und herzlich Willkommen. In diesem Tutorial richten wir einen Workflow in JTL-Bawi ein. Wir möchten sicherstellen, dass der Metatitel in all unseren Artikeln gepflegt ist und möchten immer eine E-Mail erhalten, wenn ein Artikel angelegt wird, bei dem diese Angabe fehlt. Die Pflege des Metatitels macht Sinn, da er ein wichtiger Faktor für das SEO-Ranking darstellt. Idealerweise sollte der Metatitel sich vom Namen eines Artikels unterscheiden. Wenn das Feld Metatitel in JTL-Bawi nicht gepflegt wird, wird der Name übernommen. Daher möchten wir das Feld immer selbst pflegen. Wir öffnen als erstes die Workflows unter Einstellungen – Workflows. Wir wählen bei den auslösenden Ereignissen den Punkt Artikel erstellt und klicken auf Hinzufügen. Dann vergeben wir einen sinnvollen Namen für unseren neuen Workflow. Unter Anwendung bestimmen wir, dass der Workflow nur für JTL-Bawi und JTL-Ameise gültig sein soll, also nur, wenn wir Artikel manuell in JTL-Wawi oder automatisiert mit JTL-Ameise anlegen, soll die Prüfung auf den Metatitel stattfinden. Als Ausführungszeitraum lassen wir sofort ausgewählt. Der Workflow soll also immer sofort dann ausgeführt werden, wenn ein Artikel angelegt wird. Damit der Workflow aber nur bei den Artikeln ausgeführt wird, bei denen bei der Erstellung ein Metatitel fehlt, müssen wir noch die Bedingungen festlegen. Also klicken wir auf Neue Bedingungen. In der neuen Bedingung klicken wir ins leere Feld und müssen dann die Bedingungen näher definieren. Wir klicken auf Artikel, Beschreibung, Ausgabewege, Global, Titel-Tag, Deutsch. Dann müssen wir noch bestimmen, auf welchen Zustand der Titel-Tag geprüft werden soll. In unserem Fall möchten wir prüfen, ob das Feld leer ist. Also wählen wir das hier aus. Das Feld neben dem Operator lassen wir leer, weil die Prüfungsbedingungen schon im Operator vollständig gegeben ist. Jetzt, da wir die Bedingungen und den Zeitraum definiert haben, müssen wir noch die Aktion, die durchgeführt werden soll, bestimmen. Dafür klicken wir auf Neue Aktion. Genau wie bei der Bedingung müssen wir die Aktion hier genau definieren. Daher öffnen wir das Dropdown und wählen E-Mail senden. Da wir die E-Mail selbst erhalten möchten, tragen wir als Empfänger unsere eigene E-Mail-Adresse ein. Beim Betreff öffnen wir den .liquid-Editor mit einem Klick auf die drei Punkte in der entsprechenden Zeile. Wir möchten schon im Betreff sehen können, welcher Artikel betroffen ist. Daher schreiben wir zunächst einen aussagekräftigen Text und wählen dann die .liquid-Variable für den Variablen-Namen mit einem Doppelklick aus. Dann bestätigen wir den Betreff mit einem Klick auf OK. Beim Text möchten wir auch einen dynamischen Text via .liquid erzeugen lassen. Daher klicken wir hier auch auf die drei Punkte in der entsprechenden Zeile. Wir möchten hier detailliertere Informationen über den Artikel listen. Daher bauen wir hier einen etwas komplexeren .liquid generierten Text. Nähere Informationen, wie Sie solche Texte generieren können, erhalten Sie in unserer Online-Dokumentation und in einem anderen Video. Wir möchten unseren Text aber gerne prüfen. Daher wählen wir einen Artikel aus, mit dem wir den Text gegenprüfen lassen. Das machen wir mit einem Klick auf den entsprechenden Button. Hier wählen wir dann einen Artikel aus. Mit einem Klick auf Vorschau Browser sehen wir, wie unser E-Mail-Text bei diesem Artikel aussehen würde. Wir sehen, dass der Title Tag in diesem Artikel leer ist und daher wäre bei der Anlage dieses Artikels eine Mail rausgegangen. Wir schließen den .liquid Editor und speichern unseren Workflow mit einem Klick auf OK. Ab jetzt erhalten wir immer eine E-Mail, wenn ein Artikel ohne Metatitel angelegt wird. Dies war ein Tutorial zur Einrichtung eines Workflows und ich freue mich darauf, Sie im nächsten Tutorial begrüßen zu dürfen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Eine Ver Teresace. Ich boxeral verm тысяч darüber.